Hallo, mein Name ist Jonas Brändle, ich bin 15 Jahre alt. Meine Position ist Linksverteidiger und Rechte Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine sind der FC 99, Vilsinge, Inzikurve Engelschwies, FH Ravensburg und der SC Pullerdorf. Meine Ziele für die Saison sind mich weiterzuentwickeln und Ziele mit der Mannschaft ist der Klasse halt. Je intoator im chirurgh und die Klasse halt, Je in Vilsinge wird ganz sola im liegen, Aufgirkt, dass man, ohne Angerienste, Vielen Dank.